Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Identity und Access Management. Heute starten wir mit den Identitäten und das Problem natürlich, was eine Identität und was ein Account ist und warum wir überhaupt Identitäten brauchen. Und dazu müssen wir einmal ganz kurz einen Blick auf die Schutzziele nochmal werfen. Das ist eine Voraussetzung, die wir eigentlich schon soweit behandelt haben in der IT-Sicherheits-Playlist. Hier nochmal ganz kurz also als Erinnerung. Und zwar, wir haben hier die CIA-Schutzziele, die wollen wir so oder so immer erfüllt haben. Mit Identitäten hingegen wollen wir eigentlich die Zurechenbarkeit, also dieses Schutzziel hauptsächlich herstellen. Authentizität ist gleichzeitig so ein bisschen verbunden damit, genauso wie die Verbindlichkeit. Das heißt, wir haben eigentlich hauptsächlich diese drei Schutzziele hier unten im Sinn. Und Identitäten sind wirklich an euch gebunden. Das ist so der Punkt, den wir brauchen. So, warum brauchen wir also eine Identität, um diese Schutzziele zu erreichen? Nun, stellt euch vor, wir haben einen gehackten Account. Das heißt, wir haben irgendwie eine große Firma, sagen wir mal sowas wie Google, und ich arbeite dort. Und jetzt wird mein Account gehackt, also der von Cedric Mössner wird gehackt, also von mir. Der Account wird übernommen von, durch zum Beispiel Phishing oder andere Malware, die ich auf meinem System habe. Was ich jetzt machen kann als Hacker, oder was der Hacker mit meinem Account machen kann, ist im Endeffekt alles, was ich auch machen kann. Also, ist das Ding eigentlich ziemlich genau an meine Identität geknüpft. Es geht nicht nur unbedingt um das, was mit meinem Google-Account gemacht werden kann dann, sondern es geht auch darum, was mit meinem Google-Konto im VPN gemacht werden kann. Oder auf was ich Zugriff habe, welche Dateien ich lesen darf, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich. Deswegen, was man dann tun möchte, ist normalerweise rauszufinden, auf welche Ressourcen konnte dieser User zugreifen, und wie kann ich das alles blockieren, zum Beispiel im Fall, dass der gehackt wurde. Aber natürlich auch im Fall, dass er zum Beispiel das Unternehmen verlässt. Dann muss man einfach die komplette Identität eigentlich blockieren. Und da nicht nur einzelne Accounts sperren, sondern wirklich alle Accounts für diese Identität sperren. So, und das ist jetzt sehr, sehr interessant, denn man möchte die Identitäten so überschaubar wie möglich halten. Und was wir also machen, ist, wir erstellen eine Identität für jede Person und für jedes Gerät. Aber wir können diesen Identitäten ruhig mehrere Accounts geben. Und das ist jetzt eine feine Entscheidung oder Unterscheidung, die wir hier treffen müssen. Denn Identitäten sind nicht dasselbe wie Accounts. Ja, einen Account, den habt ihr zum Beispiel bei Google, aber ihr könnt auch mehrere Google-Accounts haben. Ihr könnt mehrere Discord-Accounts haben. Ihr könnt mehrere YouTube-Accounts haben. Und so weiter und so fort. Ich kann aber alle Accounts mit meiner Identität verknüpfen. Das heißt, ich habe vielleicht, ich habe ja zum Beispiel auch mehrere YouTube-Kanäle. Das ist völlig legitim und das ist auch ein Punkt, den YouTube da definitiv unterstützen möchte. Während YouTube allerdings sagt, okay, wenn du wirklich zum Beispiel Mist baust oder wenn dein Account gehackt wird oder wenn einer deiner Accounts Mist baut, dann sind auch die anderen betroffen, weil sie zu deiner Identität gehören. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Urheberrechtsverletzungen begehen würde oder mehrere Sachen, die nicht im Einverhältnis mit den Richtlinien stehen, hochladen würde, würde nicht nur einer meiner Accounts gesperrt werden, sondern meine komplette Identität, sprich mein ganzes Google-Konto. So kann man das eigentlich relativ weit sehen. Man unterscheidet mittlerweile in den meisten Fällen zwischen Account und Identität. Ihr könnt mehrere Instagram-Accounts haben, mehrere Discord-Accounts, mehrere Twitter-Accounts und so weiter und so fort und ihr könnt die alle verbinden miteinander und dann unter einer Identität vereinen. Und so kann man das natürlich auch bei der Unternehmenssicherheit generell machen, dass man zum Beispiel mehrere Accounts hat, zum Beispiel mehrere VPN-Accounts. Der eine Account ist dazu da, dass ihr Änderungen an der Firewall machen könnt. Der andere Account ist dazu da, dass ihr eine Website administrieren könnt und ihr loggt euch eigentlich nicht mit demselben Account für beides ein, sondern der eine Account ist für das eine, der andere ist für das andere. Und dann wird es nochmal deutlich schwieriger, das Ganze zum Beispiel anzugreifen. Es macht natürlich aber auch die Verwaltung ein bisschen schwieriger und deswegen muss man irgendwie schauen, dass Accounts und Identitäten sinnvoll miteinander verknüpft werden. Normalerweise hat man eine Identität zum Beispiel als Sammlung von mehreren Accounts. Und hier nochmal ganz kurz das Beispiel. Die Identität ist wirklich an den Namen verbunden und ist eine Art damit Referenz oder ein Ankerobjekt. Das heißt, ich habe halt eine davon und meine Accounts können damit verbunden werden. Und ja, ich kann zum Beispiel mehrere Sachen gleichzeitig sein. Auch hier wiederum ein relativ allgemeines Beispiel. Ich kann Versicherungsvertreter gleichzeitig sein. Ich kann aber auch gleichzeitig noch ein Kunde sein von meiner selben Versicherung. Und ich kann gleichzeitig noch der Admin sein von genau derselben Versicherung. Und wenn man nur eine zum Beispiel hat, also wenn man eine Versicherung jetzt alleine führen würde, dann wäre man sowieso alles auf einmal. Und hätte dann natürlich mehrere Rollen in diesem Unternehmen. Da kommen wir auch schon zu dem nächsten Begriff. Aber bevor wir damit starten, was jetzt Rollen sind und so weiter, wollen wir uns vorher noch mit den Identitätsnachweisen beschäftigen, die wir uns auch noch anschauen. Und deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao.